Gas-Hahn zu. Ist meine Rente in Gefahr? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. Wieder eine Nachricht von einem besorgten Kunden, die wir erhalten haben. Er schreibt uns folgendes. Minister Habeck hat in den letzten Tagen den Gasnotstand ausgerufen. Alles wird immer teurer, ich weiß schon nicht mehr, wie ich die hohen Gas- und Stromrechnungen bezahlen soll. So wie ich die Lage verstanden habe, kann es für uns Deutsche wohl ganz schlimm kommen. Wenn uns Putin den Gas-Hahn zudreht, dann soll es wohl zu einer schweren Krise kommen. Hunderttausende Menschen würden ihre Arbeit verlieren und viele Firmen würden dicht machen. Ich mache mir wirklich Sorgen, wie es mit meiner Rente weitergeht. Ob die deutsche Rentenversicherung wegen der Wirtschaftskrise dann auch die Rentenzahlung einstellt oder kürzt. Meine Rente, die ich monatlich erhalte, ist das einzigste Einkommen, was ich überhaupt habe. Herr Knöppel, ist meine Rente in Gefahr? Leider gehen jeden Tag viele schlechte Nachrichten ein. Man kann sagen im Minutentakt. Und in die Glaskugel, lieber Kunde, kann ich auch nicht schauen. Das ist klar. Und diese vielen Nachrichten, die hier einkommen, die muss man erst mal verdauen. Damit muss man erst mal klarkommen. Gas- und Strompreise gehen unerführlich nach oben. Und es kann im Winter ganz schlimm werden. Aber eines hat es in Deutschland zumindest seit 1957 nicht gegeben, dass die Renten nicht gezahlt wurden. Und wir haben schon einige Krisen seit 1957 durchlebt. Zumindest hier in Deutschland. Und dass die deutsche Rentenversicherung die Renten nicht gezahlt hat, das hat es auch in diesen schlimmen Krisen nicht gegeben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das in der heutigen Lage, in der aktuellen Krise auch nicht passieren wird. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass ihre Rente monatlich weitergezahlt wird. Was aber ziemlich sicher ist, dass die Preise weiter durch die Decke gehen werden. Und viele Menschen, vor allen Dingen mit geringen Einkünften, nicht mehr wissen, wie sie das Leben meistern sollen. Und genau diesen Menschen muss jetzt schnell und unbürokratisch geholfen werden. Und deshalb fordere ich die Politik auf, umgehend für diese Menschen ein Klimageld monatlich, zahlbar, steuerfrei, sofort einzuführen, damit diese Menschen ihre Strom- und Gasrechnungen pünktlich bezahlen können. Ich gehe davon aus, dass ihre Rente auch in dieser Krise sicher ist und weiter gezahlt wird. Und eines wünsche ich Ihnen wirklich von Herzen, dass Sie und Ihre Familien trotz allen Übels zurzeit weiterhin gesund und munter bleiben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Ich wünsche Ihnen ein paar Minuten, bis zum nächsten Mal.